herzlich willkommen liebe zuschauer zum trading tipp es gibt eine studie von ernst and young über die 100 wertvollsten unternehmen das wird alle halbe jahre mal veröffentlicht und wen wundert die nordamerikanischen tech konzerne sind an der spitze und wir widmen uns heute den wertvollsten unternehmen das ist microsoft 1,03 billionen dollar war die marktkapitalisierung zum stichtag ende juni und wir sehen es die aktie zieht weiter in richtung rekordhochs der einbruch im juni oder im mai anfang juni ist mittlerweile wieder vergessen und jetzt sind wir eben drauf und dran hier das alte rekordhoch bei 138,40 dollar zu überwinden und wenn das gelingt brauche ich nicht sagen dann dürfte sich die trendstärke fortsetzen neue hochs folgen ja und deswegen lautet die empfehlung unseres tages heute ein microsoft factor long mf1 hh 8 55 euro 70 liegt auch daran dass eben der trend schon sehr lange anhalt und nach unserer meinung auch anhalten wird faktor 3 70 75 euro denke ich mal sind bis jahresende da auf jeden fall möglich wenn die börsen weiterhin so freundlich bleiben und ja die notenbanken werden ihr bestes geben damit die börsen horse weiß ich fortsetzt wir neue hoch sehen werden und von daher denke ich mal haben wir hier ein sehr attraktives chance risiko verhältnis den stopfkurs den setzen wir bei 48 euro das war es von meiner seite viel erfolg beim traden und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder tschüss